Die Firma InnoBau mit Sitz in Arbon und in Winterthur ist ein Unternehmen, das auf Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie auf allgemeine Baustellensicherheit spezialisiert ist. Durch fundiertes Fachwissen und Erfahrungen aus vielen Projekten ist die InnoBau in der Lage, optimal auf die Bedürfnisse des Kunden einzugehen. Zum Kundenkreis der InnoBau gehören Arbeitgeber, Sicherheitsverantwortliche aus Unternehmungen, Bauherren, Bauleiter und Ingenieure. Mit Sicherheitskonzepten für Baustellen, Baustellenabschrankungen und Signalisationen, baulichen Provisorien sowie Baustellen und Gerüstkontrollen wird gemeinsam mit den verantwortlichen Personen die Sicherheit der Arbeitnehmer auf der Baustelle und der Schutz von Drittpersonen angestrebt. Beim Erarbeiten des betrieblichen Sicherheitskonzeptes werden sie von kompetenten Mitarbeitern der InnoBau beraten und bei der Einführung und Umsetzung unterstützt. Mit Aus- und Weiterbildungen auf einer ihrer Baustellen, in ihrem Werkhof oder in einem Schulungsraum der InnoBau werden ihre Mitarbeiter gezielt geschult. Themen können Rechte und Pflichten der Arbeitnehmer, die aktuelle Bauarbeitenverordnung, Anschlagen von Lasten an Krane, sichere Montage und Benutzung von Fassadengerüsten, korrekte Signalisation von Baustellen im Straßenbereich, der Umgang und Transport von Gefahrengut sowie Nothilfe auf Baustellen sein. Auf diesen oder weiteren Themen der Arbeitssicherheit kann betriebsspezifisch ein Sicherheitsparcours mit verschiedenen Posten zusammengestellt werden. Andere Schulungsinhalte werden aufgrund ihrer Vorgaben und Bedürfnisse ausgearbeitet. Sehr gerne unterstützt die InnoBau mit ihren umfassenden Dienstleistungen und ihrem großen Engagement ihre Bemühungen, dass die Mitarbeitenden auf der Baustelle bei ihrer anspruchsvollen und gefährlichen Arbeit gesund bleiben und keine unbeteiligten Drittpersonen zu Schaden kommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017